Grüß dich und willkommen zurück! In diesem Video brauchen wir dein Vorwissen zum Einheitskreis, das wir im letzten Video behandelt haben. Bis jetzt sieht man ja nur, wie die Winkelfunktionen in rechtwinkligen Dreiken definiert sind. Nach diesem Video kannst du auch erklären, wie man die Winkelfunktionen für beliebige Winkel verallgemeinen kann. Insbesondere kannst du dann auch die Frage aus dem letzten Video beantworten, wieso der Cosinus von 300 Grad 0,5 ist. Als Wiederholung schauen wir uns nochmal den Einheitskreis an. Zunächst wieder nur im ersten Quadranten, also im Bereich der Ebene, wo sowohl die x-Koordinate als auch die y-Koordinate positiv ist. Der Punkt P ist am Viertelkreis durch den Winkel Alpha eindeutig bestimmt. Also Alpha kann hier zwischen 0 und 90 Grad liegen, ist also ein spitzer Winkel. Und je näher Alpha an 90 Grad dran ist, desto weiter oben ist dann der Punkt P am Kreisbogen. So, wir konstruieren uns jetzt noch zusätzlich einen Strahl, der vom Ursprung durch diesen Punkt P durchgeht. Und zusätzlich legen wir dann auch noch senkrecht an den Kreis eine Tangente an. Ja, also so ganz senkrecht drauf. Und die beiden Geraden schneiden wir und diesem Schnittpunkt, dem geben wir den Namen T. Die Namen von diesen beiden Punkten sind eigentlich egal, aber wir müssen halt für irgendwas entscheiden und ich habe halt P und T genommen, damit das konsistent mit dem Arbeitsblatt ist. So, jetzt einigen wir uns noch auf einen beliebigen Winkel Alpha. Zum Beispiel nehmen wir 60 Grad. Berechne nun die Koordinaten von P und T für diesen Winkel, also für diese 60 Grad. Pausier dazu das Video und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du kannst auch nochmal das letzte Video anschauen und dann für die Auflösung hierher zurückkommen. Na gut, zuerst schauen wir uns die Koordinaten von Punkt P an. Wir wissen ja bereits, dass seine x-Koordinate dem Cosinus von Alpha entspricht und seine y-Koordinate dem Sinus. Ist Alpha also 60 Grad, so ergibt sich dann für xP gleich 0,5 und für yP gleich 0,866 oder so. Die x-Koordinate von T ist immer 1. T liegt ja auf einer senkrechten Geraden. Das ist die x-Koordinate ändert sich nicht. Die y-Koordinate aber entspricht dem Tangens von Alpha. Und wenn ich das eingehe, dann kommt mir da ca. 1,732 raus. So, schauen wir uns jetzt die Sache für größere Winkel an. Weil bis jetzt haben wir die Winkelfunktionen hier nur in rechtwinkligen Dreiken definiert. Aber wir können ja ein rechtwinkliges Dreik nicht zeichnen, bei dem ein Winkel größer als 90 Grad ist. Das geht sich mit der Winkelsumme von 180 Grad einfach nicht aus. Also, stellen wir folgende Überlegung an. Wird Alpha größer als 90 Grad zur dritte Punkt P zunächst in den zweiten Quadranten ein, dann in den dritten und dann in den vierten. Erinnere dich dran, dass die Quadranten gegen den Uhrzeigersinn gezählt werden. Das entspricht auch der natürlichen Wanderung von diesem Punkt P, wenn der Winkel Alpha immer größer wird. Wir nennen das übrigens auch die mathematisch positive Richtung. So, und was wir jetzt machen, ist, wir drehen diesen Spieß um. Das heißt, diese Eigenschaft aus dem ersten Quadranten, dass die Koordinaten von P dem Sinus bzw. dem Cosinus von Alpha entsprechen, diese Eigenschaft, die nehmen wir jetzt her und verwenden sie als Definition für alle anderen Quadranten auch. Schauen wir uns zum Beispiel einen Winkel von 140 Grad an. Der Punkt P ist dann im zweiten Quadranten. Das heißt, dass die x-Koordinate negativ ist. Berechne nun den Sinus und den Cosinus von 140 Grad mit dem Taschenrechner. Du hast wieder circa so drei Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. So, wenn ich diese Werte in meinen Taschenrechner eingehe, dann kommt mir für den Cosinus circa minus 0,766 heraus und für den Sinus circa 0,643. Erinnere dich dran, dass der Tangens für spitze Winkel der Sinus gebrochen durch den Cosinus war. Wenn du dir das nochmal anschauen möchtest, warum das genau so ist, dann schau dir nochmal das Kasterl wichtige Zusammenhänge weiter oben auf dem Arbeitsblatt an. Ich habe dazu auch schon ein Video hochgeladen. So, und diese Eigenschaft, die wollen wir jetzt verwenden, oder die wollen wir jetzt beibehalten für alle Winkel. Nimm dir daher kurz die Zeit und überleg dir, welches Vorzeichen der Tangens von Alpha haben sollte, wenn der Punkt P im zweiten Quadranten ist. So, da der Winkel, also im zweiten Quadranten heißt, wir haben einen Winkel von 90 bis 180 Grad. Und der Cosinus für so einen Winkel ist immer negativ. Wir sind ja immer links von der y-Achse. Der Sinus ist immer positiv, wir sind immer oberhalb der x-Achse. Das heißt, wenn ich den Sinus durch den Cosinus dividiere, dann sollte hier immer eine negative Zahl rauskommen. Als Definition für den Tangens reicht uns das schon. Aber man kann das auch sehr schön grafisch darstellen. Wir verlängern dazu den Strahl, der vom Ursprung durch den Punkt P geht, in die andere Richtung und machen eine Gerade daraus. Ungefähr so. Den Punkt T zeichnen wir jetzt dort ein, wo diese Gerade die senkrechte Tangente, die wir vorher schon eingezeichnet haben, schneidet. Ganz wichtig, diese Tangente ist immer rechts vom Einheitskreis. Der Punkt T kann also nie im zweiten oder im dritten Quadranten liegen. Der Tangens von Alpha entspricht dann weiterhin genau dieser y-Koordinate von diesem Punkt T. So, jetzt blätter mal auf die nächste Seite. Da geht das Kaster nämlich weiter. Und nimm dir jetzt Zeit, um diese Tabelle da auszufüllen. Für die Spalten, für den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Quadranten reicht es, wenn du ein Plus für die positiven Ergebnisse und ein Minus für die negativen Ergebnisse eintragst. Für die Spalten, in denen aber ein konkreter Winkel gegeben ist, überleg dir den genauen Wert. Am besten verwendest du da keinen Taschenrechner. Überleg dir auch, wieso zwei Kasterl ausgegraut sind. Wie immer kannst du das Video pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. Na gut, schauen wir uns zuerst den ersten Quadranten an. Hier sind alle drei Winkelfunktionen positiv. Im zweiten Quadranten bleibt der Sinus positiv, der Kosinus und der Tangens sind aber hier negativ. Im dritten Quadranten wird auch der Sinus negativ, der Kosinus bleibt negativ, der Tangens wird aber positiv. Und zu guter Letzt, im vierten Quadranten, ist der Sinus wieder negativ, der Kosinus jetzt allerdings positiv und der Tangens wieder negativ. So, jetzt schauen wir uns noch die Werte für die konkreten Winkel an. Zuerst bei Alpha ist gleich 0 Grad. Ist Alpha gleich 0 Grad, so liegen P und T gemeinsam auf der x-Achse. Die x-Koordinate ist daher 1 und die y-Koordinate ist 0. Also die Punkte liegen direkt übereinander. Das heißt, dass der Kosinus von 0 gleich 1 ist. Das war ja die x-Koordinate von Punkt P. Und sowohl der Sinus als auch der Tangens, sie sind beide 0. So, jetzt gehen wir weiter zu Alpha ist gleich 90 Grad. Und da liegt der Punkt P genau auf der y-Achse. Die x-Komponente ist daher 0 und die y-Koordinate ist genau 1. Deshalb ist der Kosinus 0 und der Sinus 1. Aber wie schaut das jetzt eigentlich mit dem Punkt T aus? Wo ist denn der? Naja, der Punkt T, der existiert nicht einmal, weil die zwei Geraden jetzt genau parallel nach oben gehen. Das heißt, sie schneiden sich nie. Und wenn es den Punkt T nicht gibt, dann hat der Punkt T auch keine y-Koordinate, die wir anschauen können. Weshalb der Tangens für diesen Winkel nicht definiert ist. Alternativ kann man sich auch eine, das anders erklären. Und zwar, wenn wir die Formel anschauen. Der Tangens ist der Sinus geteilt durch den Kosinus. Naja, der Kosinus von 90 Grad ist ja genau 0. Das heißt, ich dividiere hier etwas durch 0 und das ist nicht definiert. Das heißt, der Tangens kann an dieser Stelle nicht definiert sein. So, schauen wir weiter zu 180 Grad. Da haben wir jetzt keine Probleme. P und T liegen wieder auf der x-Achse. Das heißt, die y-Koordinate ist 0. Das heißt, dass sowohl der Tangens als auch der Sinus von 180 Grad 0 ist. Die x-Komponente von P ist jetzt aber minus 1. Weil der Punkt P liegt jetzt auch hier rüben. Auf der linken Seite. Das heißt, der Kosinus von 180 Grad ist gleich minus 1. So, zu guter Letzt schauen wir uns noch den Winkel von 270 Grad an. Diesmal ist der Sinus minus 1 und der Kosinus 0. Der Tangens ist wieder nicht definiert, aus demselben Grund wie vorher. Und bei 360 Grad schaut die Situation genauso aus wie bei 0 Grad. Wir sind hier nur einmal im Gras gegangen in die Richtung. Wir sind hier nur im Gras gegangen in die Richtung. Wir sind hier nur im Gras gegangen in die Richtung.